gut weiter geht's wie gesagt ich weiß noch nicht ganz genau wo wir jetzt noch mal hin wollen wollten aber wir haben jetzt hier die leute doch nicht befreit ich dachte die sind mit dem boot rüber bin ich bin ich dämlich warte mal unsere to do ist doch jetzt kehre zum boot zurück oder so und wir haben das gemacht das gemacht ich dachte die welt vorgefahren weil die kette ist doch jetzt auch nicht mehr da bekommen wir jetzt auch nicht mehr zurück okay wait erst mal wieder reinkommen ins spiel muss ich jetzt hier rüber das ist mal gucken und vor allen dingen immer wichtig überall einmal umschauen wegen loot loot ist wichtig das nächste schlamassel wie komme ich darüber ganz ruhig du bist aufgewühlt und du weißt warum die insel denk jetzt nicht dran bleibt konzentriert ja bleib konzentriert konzentration nochmal hier oben kann ich aber auch was machen was kann ich hier hier machen irgendwie kann ich da hoch das heißt ich muss irgendwas eventuell hierüber transportieren wie zum beispiel diesen wagen um den da hoch zu klettern aber wir gucken uns trotzdem kurz vorher hier um wie gesagt wir wollen ja nichts übersehen zum beispiel hier dieses kleine versteck wo wir nichts machen können alles gut dann ist das ist ein träumchen muss ich bestimmt gleich noch mal vorbei wenn ich hier irgendwie was runter geschmissen habe oder so aber gucken wir mal kriegen wir raus kriegen wir raus okay haben wir haben wir kommen wir nämlich hier hoch und was können wir jetzt hier oben machen nichts warum konnten wir jetzt hier hoch hier kann ich ja auch nirgendwo hin oder man kann ich auf der anderen seite irgendwie lang laufen geht das natürlich nicht okay ich bin leicht verwirrt aber das bedeutet ja nicht ist ja nichts neues bei uns hier ach du scheiße so jetzt sind die doch mit dem boot durch oder wie oder was jetzt sind die doch mit dem boot hier durch und warten die jetzt hier vorne auf mich ist das richtig nein was könnte denn jetzt hier noch sein warte mal wir können ja mal mit der schleuder gucken ähm ne wie hier irgendwie ein punkt warte mal hier hier ja so jetzt ist die große frage habe ich hier hinten achso ja hier hinten konnte ich nichts machen weil da sehe ich noch nichts okay aber jetzt kommen wir zumindest erstmal nach oben und können oben erstmal weiden das ist schon mal nicht schlecht weil uns das erstmal noch nicht so viel bringt außer dass wir jetzt nach hier hinten können achso aber machen wir jetzt hier doch ein bisschen Adventure Time bin ich ja gar nicht so verkehrt uh Blümchen genau bald geschafft so wait jetzt bin ich hier oben was kann ich von hier oben aus machen ah aber stimmt das da oben abschieße noch nicht okay ich bin verwirrt komm ich hier irgendwie noch nach oben dass ich irgendwie hier hoch kann und hier oben auf der Brücke lang laufen könnte wäre das eine Option wahrscheinlich nicht hier komme ich auch nicht hoch okay äh ja das war jetzt nicht der einzige Weg war da jetzt nicht hier nur dafür dass ich hier ein paar Blümchen sammle oder doch das hätte ich gewesen sein am Ende ich hätte gedacht dass wir hier das Ding hier irgendwie runterschmeißen aber was soll uns das bringen ja nix so wait ich konnte da unten runter ich kann da hin da sind die ganzen Ratten da drüben stand normalerweise äh Luca so und das Boot ist eigentlich das Boot was wir hatten aber die Kette ist durch ich muss nochmal ganz kurz gucken gehen was wirklich unsere To-Do ist Fertigkeiten das kann ich alles nicht verbessern und hier sehe ich es nicht wo hat man das denn nochmal ganz genau gesehen in einen Weg um zum Boot zu kommen okay okay das bringt uns auch nicht viel weiter mhm 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 Chet habt ihr ne Idee wie gesagt wir haben jetzt nur diesen einen Weg hier freigekämpft aber das kann ja auch nicht alles gewesen sein weil wir können ja wir können ja nochmal kurz gucken gehen hier hinten von wo wir gekommen sind mhm mhm ins Wasser kommen wir nicht also wir können nicht durchschwimmen anscheinend weil ich mich nicht ganz täusche sind wir hier auch auf dem Boot hierher gekommen also hat uns ja äh hu glaub ich äh nicht hu äh Lukas äh 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 quasi ähm durchgeführt so die Werkbank hatten wir dann das weiß ich noch wir konnten unten lang krabbeln auf die andere Seite das weiß ich auch noch aber was haben wir denn hier jetzt noch vergessen Körper ins Wasser nee schaden nee nee leider geht das nicht so weil hier konnten wir nochmal durch hier hinten war nämlich noch ne andere Kiste zum Looten genau die haben wir nämlich auch gelootet mhm 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 ok das heißt wir haben hier auf jeden Fall alles abgedüttelt. Also hier haben wir auf jeden Fall keine To-Do mehr. Waren wir mal so. Das heißt, es muss ja da vorne weitergehen. Oder kann ich hier irgendwie... Nee, hier ist Wand. Eine unsichtbare Wall. Ich muss irgendwie wieder zum Schiff kommen. Ich muss auf jeden Fall hier irgendwie rüber, auf die Seite. Mal anders gefragt. Könnte ich. Also es wäre jetzt... Ist jetzt nur eine blöde Idee. Aber haben wir jetzt wirklich nur diesen Zugang fertig gemacht oder gefunden? Wirklich jetzt wegen der Blume? Weil ich meine, wir können jetzt den Wagen da vorne hinpacken und können mal gucken, was wir da oben machen können. Ob wir dann irgendwie die Leiter da runter kriegen. Weil so sieht es ja auch erst mal aus. Gut, das ist geschafft. Ja, genau. Scheiße. Scheiße. Äh, was? So, genau. Jetzt können wir nämlich hier wieder zurück. Okay, gut. Okay, da haben wir auf jeden Fall, äh... Weg wieder... Back to the roots. Ach, wo ist der jetzt Luca? Ach so. Ja. Das ist... Hier muss ich zu zweit sein. Damit hier einer draufstehen kann und der andere dann hier rüberkommt. Aber was zum... Wie? Also wie kriege ich Luca jetzt hierher? Ach so, warte mal. Kann ich Luca einfach... Äh... Wait. Nein, mach doch. Zieh doch. Das ist für mich? Oh Gott. Jetzt raffe ich es erst. Jetzt verstehe ich... Gott, das ist ja wirklich... Also, ein Rätsel ist ja... Meine Güte. Ich bin noch nicht ganz auf der Höhe. So, jetzt können wir nämlich den Wagen hier mitnehmen. Genau. Für die andere Seite. Dann können wir nämlich da wieder hochplätteln. Meine Güte, das war aber auch... Hey, Dave! So, okay. Komm, Dave. Oh, bist du! Ey, jetzt ist doch jetzt Luca... Ey, bitte, wirklich. Der ist ja jetzt nicht einfach abgehauen. Oder hat er sich jetzt irgendwie doch... Fressen lassen von den Ratten? Insel finden. Und wie? Vielleicht könnte ich Joseph fragen. Ganz diskret. Ja, ich weiß nicht, ob die Insel wirklich... Also, ne, die Insel ist ja jetzt die gemeint von... Von... Von dem Brüderchen. Da ist natürlich jetzt die große Frage der Fragen. Ähm. Existiert auch die Insel wirklich? Also, wir hoffen natürlich ja. Weil wir wollen natürlich, dass wir unseren Bruder... Dass wir unseren Bruder eine Heilung finden, aber... Wir müssen mal schauen. Was? Warum geht denn jetzt die Action los? Oh nein, Anos, Männer! Äh, 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 äh... Lass ihn in Ruhe! Ziel einfach und schieß! Mit dem Griff kannst du wahrladen! Alles klar! Oh Gott, das ist mal gar nicht so gut. Lass mich los! Hört ihn nicht an, ihr dreckigen... Wie gefällt euch das? Lukas, alles in Ordnung? Ich... Ich zittere am ganzen Körper. Danke. Jetzt kommt doch her! Wer raten! Ich komm nicht zu euch hin! Amicia, mach ihm den Weg frei! Wie? Äh, irgendwas auf Holz? Also, das da? Wir machen mal hier noch einer ran. Okay, äh, hat er halbwegs geklappt? Ah, es war reich. Mir ist zwar das Blut gefroren, aber danke fürs Treffen. Das war die gleiche Gruppe wie in der Arena, Amicia. Was? Was ist denn der Arena geschehen? Und wer ist dieser Arno? Er ist ein großes Problem, fürchte ich. Wir müssen weg! Das ist ein großes Problem. Hier haben wir also das berühmte Mädchen mit der Schleuder. Ihr kommt doch hier! Wer ist offenbar auch sehr geschickt, wenn es um das Töten meiner Männer geht? Kann ich damit zählen? Kann ich ihn abschießen? Geh dann! Mal her hier, wo bist du? Wo ist denn noch wer? Wo sind die denn? Ach, da! So, ja. Headshot! Oh, warte! Der hat ja gar nicht getroffen. Sie versperren die Weg! Verschalten! Wir müssen von hier verschwinden! Verdammt! Sie blockiert uns! Zünd den Karren an! Zünd das Ding mit deinen Feuerbolzen an! Okay. Kein Problem. Da kommt mehr! Brenn! Jetzt brennt schon! Es dauert zu lang! So, noch fragen. Geh doch. Ja, kein Fall! Warum treffe ich sie hier nicht? Wo war der andere? Da. Das wollte ich nicht! Aber ich mach dieses Gart bitte! Mir gefällt euch das! Das ist Wahnsinn! Wir kriegen sie an der Brücke! Zack, die Männer, dass sie kommt! Genau! Ich sag ihnen, dass sie so gut wie tot sind! Nein! Ich bin nicht! Brennt! Leute, brennt! Und Feuer! Auf der Brücke sind Leute! Das ist eine Armee! Viel zu siebe für dich! Oh, denn der Brücke! Das ist für mich und mein Bruder! Und alle die anderen! Das ist für mich und mein Bruder! Das ist für mich und mein Bruder! Aber du solltest dich ein wenig beruhigen! Warum? Ja, wir haben ja so ein Aggressionsproblem! Stimmt, da war ja was! Die Strömung nimmt zu, weil wir aus der Schlucht raus sind! Bleib am Ruder und überlass sie mir! Nicht schlecht, Kleine! Die Arbrust ist wie für dich gemacht! Nein! What? Was ist geschehen? Ah, jetzt werden wir hier... Was? Was ist denn hier? Äh... Nimm die Arbrust! Okay, jetzt mutig! Geht wieder rein! Es sei denn, ihr wollt kämpfen! Lasst meine Familie in Ruhe! Sie kommen! Weg da! Oh Gott! Ich bring euch alle um! Ah! So, wo ist der Rest? Äh, das war da jetzt nur einer. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Habe ich wieder was übersehen? Ich, ich, genau. Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Ich habe keine Pfeile mehr! Lalalalalalalalalalalalalala! Ich muss Pfeile sorgen? Äh, okay. Abstand neu starten. Ich dachte, ich hätte unbegrenzt Position. Los, zum Boden! Lasst mich weg, da! Ich bring euch alle um! Anja! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Äh... Wait! Okay, vielleicht sollte ich nicht mit dem Bogen die ganze Zeit schießen wollen. Aua! Es tut ja weh! Los, zum Boden! Lasst meine Verbiegen später! Ich bring euch alle um! Anja! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Vorwärts! Sie ist allein! Wo ist euer Anführer? Wo ist dieser Anno? Komm und kämpf! Oh Gott! Der ist bewaffnet! Also der ist, äh... Scheiße! Links, rechts! Geradeaus! Ich kann nicht dran vorbei! Okay, äh... Wie, wie, wie mach ich das? Ich hab zu wenig Pfeile! Los, zum Boden! Lasst meine Familie später! Ich bring euch alle um! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Höh! Der Abschnitt ist ein bisschen stressig gerade! Okay, ich hab fünf Feuerpfeile noch! Los, zum Boden! Los, später! Ich bring euch alle um! Okay, ich hab fünf Feuerpfeile noch! Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Höh! Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Anno? Komm und kämpft! Wieso? Ich kann nichts mehr machen. Warte, warte, warte. Ach so, jetzt kann ich auch nochmal aufstehen. Das ist gut. Okay. Okay. Ich hab aber nichts nachgelegt. Okay, wait. Machen wir das so? Gut. Okay, wait. Ja, anscheinend nicht. Ihr könnt was erleben. Ähm, warte kurz, warte kurz. Ich muss, äh, darauf wechseln. Es wird nicht besser. Es wird nicht besser, Freunde. Los, zum Boot! Lasst meine Projekte da! Ich bring euch alle um! Okay, was ist, wenn wir jetzt hier mit Feuer arbeiten? Angriff! Geht auf das Mädchen! Die anderen kriegen wir später! Du glaubst, du kannst dir alles erlauben, hä? Ich bin noch extra ausgewichen von dem... Das ist auch ruhig. So, wo? Als ob ich den nicht getroffen hätte. Was? Wo ist euer Anführer? Wo ist diese Armut? Komm und kämpf! Oh, ich hab auch keine, ähm... Das ist gar nicht gut. Warte kurz. Okay, warte. Okay, warte. Da ist ja noch jemand. Da ist ja noch jemand. Und der Mädchen fertig! Ja, kommt! Ihr könnt was erleben! Die Psychologie! Die Psychologie! Ich kann nichts mehr machen. Zwei Nummer köcheln. Damit einfach krähen. Warte kurz. Sehr gut. Das waren alle. So. Ja, das Boot. Ich muss die Seile kappen. Okay, warte. Lass doch mal ganz kurz. Ganz kurz. Es war jetzt gerade sehr stressig. Gibt es hier noch irgendwelchen Loot, den ich übersehen habe? Man weiß ja nie. Nein, okay. So, Seile kappen. Nee. Wie kapp ich denn jetzt die Seile? Kann ich nicht einfach... Nee, kann ich nicht. Jetzt muss ich hier nach oben rennen. Ich glaub, ja. Warum kann ich eigentlich diese Pfeile nicht einsammeln? Das wär... Wär schon sehr cool. Oh! 2,5,7. Hallo! Hallo! Ich bin hier. Ich bin hier. Zeig mal, wie du gegen meine Rüstung ankommen willst. Äh... Läu... 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 Wie schnell ist er denn mit der Rüstung, bitte? Aber was jetzt? Wie was jetzt? Spring doch! Ähm... Weiß ich jetzt nicht. Panik! Hör auf zu zittern! Lass dich nicht erwischen! Oh! Ich muss zurück! Ich kann es schaffen! Das Boot! Ja! Na! Netter Ausblick! Nein! Nein! Fahr zur Hölle! Was ist los? Ja, das wollen wir mal sehen, Freundchen. Na... Wollen wir mal sehen. Erstmal... Atme! Ich schnapp mir ihre Familie, damit lock ich sie raus! Nein! Dreckskerl! Wollen wir es kurz, Mädchen? Komm raus! Ich tu dir nicht weh! Ehrlich! Ich muss vorhin beim Boot sein! Schneller, verdammt! Halt ihn auf! Und dann nimm was jetzt! Kann ich Pfeile herstellen? Geht das? Nein! Ich kann nur welche finden. Warte mal, kann ich ihn... Ich kann ihn noch bestimmen... Warte mal... Ich kann ihn doch... War das nicht so... Tja mit... Genau! Wege unmöglich! Lass mich hier durch! Nein! Da! Schneller! Gar kein Problem! Gar kein Problem! Es sind ja überhaupt nicht viele! Rieh sie nicht an! Sonst! Igor! Lukas! Schneller! Schatz! Oh! Kein Schritt weiter! Okay... Genug gespielt für heute! Ich zeig dir ein Spiel! Autsch! Ja, Tati. Ja. Ok. Jetzt bist du aber ganz schnell auf einmal weg. Warum, frage ich mich. Komisch. Gott. Oh no. Sie lässt die Mutti mit Luca alleine. Und nimmt ihren Bruder mit. Wie wäre es, wenn wir in den See stechen? Nur du und ich. Finden wir deine Insel. galan. Es gibt verschiedenen Angela Ai meinen x remonten. Nie RF. enfermer die Seite nach Hachner schweb zweiré Landschaft ab. Vielen Dank.